Ich glaube, Sepp würde am weitesten kommen bei Ninja Warrior Germany. Oder ich, weil ich krass bin. Einfach, weil ich generell der Krasseste bin. Und deswegen würde ich den Parcours direkt machen. Und die haben mich auch schon eingeladen. Ich habe den ja auch schon gemacht. Dann haben sie mich rausgeschnitten, weil es langweilig gewesen wäre, wenn ich alles First Try gewinne. Ui. Du musst am Anfang, wenn die das immer gleich haben, musst du über die Sachen machen. Diese Dinger von links nach rechts springen. Das ist so weit auseinander. Ich glaube, da würde ich schon dran scheitern. Und zwar easy. Ich glaube, am weitesten kommen würde vielleicht Sepp. Wahrscheinlich Sepp oder Christian. Ich würde sagen, wir werden alle nicht weit kommen. Ich sage, wir würden alle in der ersten Challenge verlieren. Vielleicht kommen wir alle nicht am weitesten. Ach, das ist das Ding. Das ist das Ding, wo du so geschickliche und körperliche Sachen machen musst. Dann Sepp wahrscheinlich. Alles, weil körperlich ist Sepp. Ich habe gerade gelesen Ninja Warrior Gaming. Und dachte so, boah, alter, geil. Seit wann gibt es denn sowas? Nee, war Germany leider. Ninja Warrior Germany ist, glaube ich, doch diese Sendung, wo du so einen Parcours laufen musst. Also ich will jetzt mal nicht, ja, ich will jetzt mal nicht hier groß meine Muskeln spielen lassen, die ich nicht habe. Aber ich glaube, ich würde am weitesten kommen.